Hallo, wir sind hier beim Kölner Zoo angekommen, am Lieferanteneingang und Danny ist auch schon da, da sagen wir jetzt mal Hallo. Guten Morgen. Hi Danny. Alles gut? Ja klar, jetzt gucken wir erstmal, ob du alles dabei hast. Wie sieht es mit der Kohle aus? Kohle? Ab wann? Geld ist da. Der Elefantenfreund ist im Zettel auch? Alles im Zettel dabei? Ja, gucken wir mal. Alles Wichtigste für heute, könnte ich für Twicket beim Social Media Preis abstimmen. Und jetzt Broten. Okay.